Yo, was geht da, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Und zwar gab es natürlich in den letzten Wochen viele Gerüchte um den Rapper NG. Ist er es? Ist er es nicht? Ist er jetzt bei Bra Music unter Vertrag? Ja, man weiß es nicht, meine lieben Freunde. Fakt ist, Freunde, dass Musikvideos draußen unter Tatverdacht Capital und NG und naja, es wurde offiziell bestätigt. Ich zitiere, warum released Capital NG auf seinem Kanal? Naja, es scheint wohl so, als wäre jetzt Messi bei Real, meine lieben Freunde. Ja, mit dieser Line, würde ich mal sagen, ist, glaube ich, endgültig und offiziell bestätigt, das Signing lautet NG. Ja, schauen wir mal, ob es wirklich eine lange Zusammenarbeit geben wird. Das wird nur die Zeit sehen. Bei Ali471 war das leider ganz schnell vorbei mit dem Ganzen. Wir schauen einfach mal, was so abgeht in den nächsten Tagen. Ja, meine lieben Freunde, das war es natürlich mit diesem Video. Kurz und knapp und knackig. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.